Lalalalalala Hallo So Was haben wir denn jetzt hier Oh der Große Ich will aber den haben Unbedingt Dazu können wir ein bisschen was verkaufen So Feindliche UFOs Feindliche UFOs Da hinten Alles klar Ich komme Oh Falscher Planet Japp Ich bin schon unterwegs So wer ist jetzt hier Niemand Toll Na gut dann müssen wir jetzt zum Planeten Chilea Chilea Wo ist denn Chilea Na toll Oh hallo Ja ist doch gut Ist doch Warum ist das denn gerade schon wieder so laut Also das ist doch Es ist okay Ça va Das tut mir gerade in Ordnung weh So ein Scheiß Ja ich bin noch unterwegs Komme Ach das hier ist Chilea Okay Das kann ich mich schon denken Welche das sind Ja natürlich Das ist aber wirklich ein schöner Planet Muss man wirklich sagen Oh voll dagegen geflogen Das war ja mal richtig cool Achtung Zack Nummer 1 Das holen wir uns gleich Das kannst du aber voll abhaken Du großes Raumschiff Ah da ist ja noch eins Brauchst gar nicht abhauen Jo hab ich gern gemacht Nehmen wir beides mal mit So Und da hinten war noch was Wir werden wieder angegriffen So ein schöner Tag Oh nein Das ist ein Scherz oder So wir holen uns gerade mal Unser Gewürz hier Auf dem Planeten ab Indem wir hin und her gehen Näher rangehen Dankeschön So wie sieht es mit euch Da unten aus Habt ihr schon wieder Euer Zeug hier zusammen Oder weniger Nö Was Ich wurde von Piraten aus Geräumt Ach ist schon zu spät Ah ok die wurden jetzt Komplett zerstört Anscheinend Ja Soll mir recht sein So Ihr haltet ein bisschen mehr Von mir Ihr haltet nichts von mir Hallo Hallo So Was Du denkst also Ich hab's nicht drauf Na gut Na gut Dann geh ich jetzt mal einkaufen Bin gleich wieder da Näher ran Näher ran Ich wurde von Piraten ausgeraubt Und das juckt mich keinen Meter Ach Quatsch Nein Oder haben wir da schon wieder was Ich glaube eher nicht So wir gehen wieder mal verkaufen Hallo Ich bin's Oh Mal wieder Zwischene gewesen Hallo Dann wollt ihr was gerne haben Ja Bist du blau ne Dankeschön Mal wieder Wir brauchen aber noch ein bisschen Oh Mal wieder laut ohne Ende Laut ohne Ende So Ihr nehmt die hier Dankeschön Und wer könnte das gelbe Zeug gebrauchen Vielleicht die hier Besetzt Schnuckel Verstehe ich nicht Naja gut Okay So Hallo Ja Ihr nehmt das sehr gerne Dankeschön Gibt bestimmt auch irgendwo reiche Wo man es teurer verkaufen kann Aber darauf habe ich ehrlich gesagt Jetzt keine Lust da Jetzt so genau zu gucken So Ich glaube ich Wir haben immer noch nicht genug Kohle Ach Scheiße Mist 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 Megapult 960.000 960.000 Nein Okay So meine lieben Freunde Ich mache eine kleine Aufnahmepause Ich nehme jetzt nämlich weiter Serious Sam auf Vielleicht sieht man sich ja dort gleich Sobald es hochgeladen ist Auf jeden Fall Wir werden kommentieren nicht vergessen Euer Tag Elli Tschö tschö Bis zum nächsten Mal So Hallo Und herzlich willkommen zurück Zu einer Runde Spore Mit Minecraft Und Flays Und was weiß ich Ich habe mich gerade voll versprochen So ein Scheiß Aber ich lasse es einfach drin Ist egal Kann mal ein bisschen lustig werden Natürlich mit Dark Alley Und mit Spore So jetzt haben wir es Ich muss sowieso jetzt erstmal nachdenken Denk 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 Wo war mir gerade im Universum Hallo Universum So da hinten Schein mir gewesen zu sein Da fliegen wir auch gerade mal hin Nachdem wir uns natürlich aufgeladen haben Sehe ich gerade Hallo Heimatplanet Dankeschön So Und wir fliegen jetzt mal Darüber Um zu gucken Was da nochmal war Ne es war ja über diesen einen Planeten Konnten wir darüber fliegen So Und dann konnten wir zu Dem da So da ist einer Truff So euch geht es ja Ganz gut mit uns Aha Ich höre gerade nur ein bisschen Die Planeten ab Also ich will am liebsten Die einnehmen Einfach mal so zum Spaß Aha Das sind unsere Planeten Dort unten Ach Ja wir nehmen die einfach mal ein Was soll's Fangen wir Krieg mit denen an Wir kontaktieren Natürlich sie zuerst So Hallo ihr Komischen Viecher So Diplomatie Ich will keins von dem allen Kann ich die nicht bedrohen Und sagen Hier ich will Kohle von euch Nein Na gut Dann gehen wir euch mal Ein Planeten besuchen Und schauen mal Was ihr dazu Sagen habt Ihr habt hier Drei Oh das ist aber ein schöner Planet Was ist das denn hier Äh ja Na gut Sterben müssen sie So Feuer So Die haben schon aufgegeben Das war's schon Hui Wir drehen jetzt einfach Eine kleine Runde Und ab hier rüber Äh Falsch Hier lang Denn Wir sind keine Lieberrasse Nur die Die bei uns der Nähe sind Zu denen sind wir cool Aber zu den anderen Sind wir einfach assi So wie die Crocs Eigentlich In dem Sinne Und das war's Schon gleich Da können wir auch Gerade mal stehen bleiben Viel Damage Machen sie ja nicht So Dankeschön Sammelruf Megabombe Megageschütz Uh Oh Hier geht's gerade ab Dann fliegen wir gerade mal weg Weil wir werden nämlich auch Wie man sieht oben Angegriffen Auf dem Planeten Arson Ich glaube das ist einer Der unserer etwas Neueren Planeten Hier in der Nähe Unbekannten Aggressator angegriffen Alles klar Kein Problem Ich komme natürlich Euch zu Hilfe Ihr braucht keinen Schiss Haben dass ihr stirbt Oder sowas Unbekannt Die sind gar nicht so unbekannt Da hab ich doch gerade eben Alles angegriffen So Es wird jetzt erst noch mal laut So Einmal Boah Ist das laut Aber auch Ey Was haben die denn Für Flugzeuge So Staffel 1 Am Arsch lecken könnt ihr mich Boom So Und die letzte Staffel Ist noch da oben Boah Die haben aber auch viele Äh Leute dabei Ich treff nicht Warum treff ich denn nicht Hallo So Jetzt aber Hab ich natürlich gerne gemacht Wir geben gerade mal ein bisschen Kohle dafür aus So Vielen Dank Wo ist das nächste Da hinten Zack Und noch eins Da hinten Oh Von wegen eins Und So Finito Beschützt Und weiter geht's So Was wolltet ihr Digga Boah Alle Aggressiv Behindern dich Am weiterentwickeln Alles klar Ja Können wir gerne machen Ich werde dich auch noch Weiterbehindern Am weiterentwickeln Und dann kannst du ja mal sehen Oh Heimatplanet Da müssen wir glaube ich erstmal drauf warten Dass wir die große Waffe bekommen Weil Ja Machen wir auch Wir warten bis da die große draus kommt Die Der Mega Impuls Den wir für 1,2 Millionen Bekommen Und dann will ich nämlich gar nicht wissen Wie das Ding abgeht So Ab zu denen hier Und dann begrüßen sie mir Auf ihren Nebenplaneten Vielleicht ist das ja auch ein Heimatplanet Wer weiß bei denen Weil die scheinen ja recht cool zu sein Nö Die sind schneller weg Als ich überhaupt Und wir werden schon wieder angegriffen Wahrscheinlich auch wieder von denen So Nummer 1 Dann fliegen wir mal geradeaus weiter Lalalala Und da sind wir schon Jaja Ist ja gut Dankeschön Ja okay Es herrscht Frieden Von mir aus Wenn ihr so einen Schiss Von mir habt Dann solltet ihr auch mich Nicht weiter angreifen So und wir werden noch angegriffen Auf den Planeten Diva Dazu fliegen wir natürlich Gerade mal nach Hause Ja wahrscheinlich Werdet ihr wieder nicht angegriffen So wie ich euch kennt Sondern ihr ruft mich nur Um mich zu ärgern So wie immer Planeten verkaufe ich am besten Oder so einen Scheiß Oh doch Was seid ihr denn Piraten Was wollen die denn hier Auf diesen Planeten Und hier берet POL Es gehtisiä Das Ja Das Chr acuerdo Vielen Dank.